hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren video hier heute auf diesem kanal sofort ungleich und ja Leute, heute sind wir mal am start gucken wir mal den Fortnite Season 7 Battle Trailer an und zwar ist die Season 7 jetzt bald draußen die wird bald released Larmcard 11 Uhr und ja, ich würd sagen kommt es mal in eine halbe Stunde oder so ja, ich würd jetzt sagen wir starten direkt in den Trailer rein it's a new season oh my god so, und zwar haben wir hier erstmal den Iceberg Battle Pass mhm boah der Battle Pass oh oh my god aber das ist doch ist das der offizielle Season 7 Trainer? ich weiss nicht wow das wird so geil dieses Season 7 Map oh my god oh my god wie geil oh oh alter was what the heck ok ja Leute das war's von diesem Trailer ähm wir gucken jetzt mal in die Dings rein hier in die Patch Notes von Season 7 gucken wir jetzt mal rein zack so und dann gehen wir mal ganz kurz hier gucken was denn so geedit wurde also Battle Royal X-Forming X-Storm Wing Plane das bedeutet ein Flugzeug bzw. ein Helikopter und zwar 5 Leute passen da rein aber 4 Leute können halt also ein Pilot und 4 ja Passengers auf den also 4 Passangiere auf den Flügeln dann hat es so eine ja so eine Turret so eine Mounted Turret be careful es kann overheat also wie bei der Turret auch das kann überhitzen ähm players will go into the skydiving stay when exiting the X-Forced oder also man kann quasi aus dem Ding rausspringen und dann hat man den Fallschirm ähm ja gut das ist jetzt nicht so schlimm ähm oh frühmorgens kann boost an airbrake for extra mobility Balloons Balloons have been reworked so that while they are equipped it is possible to use weapons and items players can attach up to three balloons to their back lifting off the ground when the third balloon is attached press jump while in the air to release balloons one at a time reduce stack size from 20 to 10 also quasi macht quasi ihr nehmt quasi keine 20er mit auf einmal sondern 10 updated scope crosser und scope are air and female are das ist gut vaulted items jetzt wird's schlimm each season gives us an opportunity to evaluate the current item rotation our goal is to have a reasonable number of items to learn while avoiding duplicates or overlapping functionality based on recent or upcoming items additions we selected the following or forwarding shadow stones port of fort chiller clinger double barrel shotgun shockwave grenade also quasi in jeder season gibt's ein neues thema und ähm jetzt sind die season halt eis und damit sind folgende sachen raus einmal die schattensteine finde ich jetzt okay bin ich okay wirklich dass die schattensteine wechseln ist okay port of fort finde ich auch okay chiller finde ich okay klinger finde ich okay dabei barry shotgun finde ich okay drawback fanaten das ist das schlimmste drawback fanaten wir haben jetzt nichts mehr zum bouncen also wir haben wirklich nichts mehr auf geht einfach so zu bouncen und das nervt mich schon hart also das ist schon wirklich schlimm die schattensteine erst wurden ja die impulsraten weggenommen von season 5 auf 6 wurden ja die impulsraten weggenommen jetzt schon 6 auf 7 werden einfach die schatten weggenommen hilfe bitte was macht ihr epic games was macht ihr mit unseren galaten oh jetzt bin ich irgendwo reingekommen äh jetzt bin ich in meinem fordner ne so okay also nein leute das ist nicht draußen in season 7 aber es ist halt so dass die fortnite server grad halt auch sind und ähm ich hab ich war halt bis zur letzten minute in season 6 das bedeutet ich bin noch drin in fortnite so also dann gucken wir mal wir haben updated new biome iceberg richtig schön gedänglich new location frosty flights new location polar peak new location happy hamlet das haben wir ja gesehen äh in dem trailer other unnamed points of interest positions have also appeared across the island icy surf freight das ist so geil es sind einfach snowboards draußen richtig geil und ähm ja dann haben wir halt minimale updated et cetera hier unten haben wir einen neuen tournament also ein neues turnier explorer popup cup dann material cap set to 700, 500, 300 for wood, stone, and metal ähm also quasi ihr könnt 1500 material mitnehmen so wie beim letzten turnier nur halt dass man da alles gleich viel holen konnte ja oh 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 players receive 150 and 50 wood, stone, metal, on elimination resource rate increased by 40% plus 50 effective health on elimination safe zone changes increase increased chances of supply drops in later circles uh circle 9 now travels twice as far but takes twice as long to close some tournaments will now feature a limit on the number of matches that can be played during the event season session um performance ui ui mobile that's creative creative have provided access to your own island the island of the island's friends who have joined on a server or featured islands selected from the community player islands are your creative space that automatically saves players will be able to keep a server active for up to 4 hours at a time battle pass owners will start with 4 islands to allow for their different creations on december 13 all players will receive 4 islands friends can visit your island and island owners can set permissions to determine if your friends can edit build while visiting nice also ähm wir haben hier richtig neues Zeug phone this is an ingame tool blablabla das könnt ihr alles durchlegen weil das hat ja nichts damit zu tun ähm mit ähm den patchnauts auf jeden Fall ist der neue Modus und zwar creative ähm ja hier kommen wir immer zum ui the calamity, dire, ragnarok, and drift challenges have been moved to a new section at the bottom of the challenge tab added filtering and updated the layout of the locker vehicle damage damage numbers have been added polished restore layout to support a larger number of tiles without needing to scroll minor update to the player feedback ui to add reporting categories on the list of other people äh players in the current or last played match ok das war das heutige video wenn es euch das heutige video gefallen hat wünsche mir sehr gerne einen like und einen Kommentarfreund bis dann rein und tschüss tschau